Und dann kommt der große Brüller, du Schmuchte. Ja, so geht das doch. Ne, man darf sich nicht so konzentrieren auf die Schritte. Jetzt geht es schon besser. Ja, geht besser. Weil, wenn ich jetzt so hingucke, dann geht das total scheiße. So, aber wenn ich jetzt nicht hingucke, dann kriege ich schon den Gang einer Frau besser raus. So konzentriere ich mich nicht darauf. So. Gabi, Gabi, komm mal her. Kann man mal gucken. Ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir nicht ganz so. Kann man schuckeln, oder? Oh!